Es sollte nicht mehr lange dauern, denn wir haben einen Teil zum Reparieren, den Gyro Stabilisator. Was? Ich habe es nicht gehört. Genau. Wenn wir auf der Oberfläche oder die Wahrheit wären, würden wir überrascht mit Mosquitos an dieser Stelle sein. Es ist sogar schlimmer, wenn wir auf Beauty waren. Aber in dem Moment, nicht nur ein Buzzing Insect. Nichts. Das ist eine Sache aus der Apiary, die ich nicht erwarten werde. Ist es etwas aus der Apiary, die du wirklich erwarten werde? Hmm... Nein. Okay, ich bin wohl sicher, dass es ein bisschen früh zu machen, und dass Nostalagia oftmals überrascht wird. Aber nein. Ich bringe mit mir, was ich in der Apiary hält. So... Brought? Ich bin ziemlich sicher, dass ich mit meiner eigenen Volition kam. Uh... Was? Nichts. Nein, du warst ein lustiges Gesicht. Was lustiges Gesicht? Hold on. Du warst über die Nest, nicht? Ja. Ja. Aber du bist die wichtigste Person für mich, für sicher. Ich kenne dich einfach nicht als einer meiner... Dinge. Das ist... Unless du das magst. Nein. 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 Ah. Ganz knapp vorfeiern. Schade. Schade. Schade, schade. Wo ist Grunz? Wir müssen Grunz streicheln. Schade, schade, schade. Schade, schade. Schade, schade. Schade, schade. Schade, schade. So. Wir haben einen Teil des Nestes repariert. Wir müssen jetzt mal einmal auf die Karte gucken. Dahin... Müssten wir mal einmal Und da müssen wir eigentlich auch noch einmal hin, ne? Tut mir schon fast leid, dass wir das damals nicht geschafft haben Okay, wir müssen... Okay, hier lang, 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 lang Und dann noch... Keine Umspiegel... Eigentlich untersuchen wir die Ordnissenkoordinaten In Lunaro... Ist das... Da sollten wir eigentlich hin Da ist noch ein bisschen Rost, muss besser erkundet werden Ersatzkühl hoch Machen wir noch, aber... Erstmal möchte ich einmal nach Zupico Da waren wir noch gar nicht Auf geht's Da lang müssen wir Oder gehen wir einmal rein Wie sieht denn der Hungerstatus aus? Oh ja... Und heilen können wir in... Auch irgendwie noch einmal... So... Wir machen einmal einen kleinen Nest... Äh... Wir kochen... Und essen das dann direkt Ja genau... Habe ich ja schon wieder fast vergessen Fünf... Fünf braucht das... Flambierte Cremebeeren... Oh das sieht ja schon geil aus ey Wir können Eiscreme machen... Also... Also... Was ist das? Ich dachte, es wäre ziemlich obvious... Es ist ein Präsent Ich verstehe... Aber was ist das? Aber was ist das? Open es, Silly Uh... Das ist... Das ist... Was haben Sie gemacht? Ich dachte, es hat eine gute Soundboard Ich hatte ein Bord, ein columnser, ein String... Du sagst, du warst seine Gitarre Tief... Das ist so cool Phew Ich glaube, du würde es nicht gefallen Ärchtest du? Es geschrien Es ist unglaublich Ich kannfache, dass du alles zu machen genau unter meinem Nose Ist das in tune? Ich habe jetzt wirklich Pling ou la plong. I haven't played a guitar in years, let alone a shell guitar. I'll need to dust off my skills first, but soon, I promise. Awww. Yey, wir können doch feiern. Correct me if I'm wrong, but I think it's time for an apple brew. Oh ja, die Stimmung ist richtig gut dafür. Dunkel. Ähm, ich hab ja, äh, als wir die Muschel, oder das mit der Muschel passiert ist, hab ich ja direkt gesagt, der sieht aus wie eine Gitarre. Und zack, baut er eine Gitarre aus. Wunderprächtig, ey. Ja, dann geht mal feiern. Gendis, boah. Was denkst du? Hm? Warum hast du gefragt? Ich weiß nicht. Du siehst selten. War es nicht gut? Ja, ja, natürlich war es gut. Du warst in der Vorbereitung. Du solltest wissen. So? What's up? You seem lost in your thoughts. I'm sorry, I was thinking about the apiary. Uh, of course. No, no, that's not what I meant. I was just thinking, there has to be others, right? Others like us, who love one another, trying to escape the matchmaker? Ähm, sure. So? Well, I was wondering, shouldn't we, like, help them? Send them a message? Tell them about Source? Das ist ne sehr furchtbare Idee. Äh, sendest du eine Nachricht, dann wird die bestimmt abgefahren und dann werden die erst recht kommen. Das ist furchtbare Idee. Okay. Wow. Worst idea ever. Do you really think we need to attract more attention? Why don't we just build a giant neon sign that says, hello, we're over here. Come get us. That would be a lot quicker. I agree, but if there were more of us, we could be better organized. Resist better. Are you okay with just me? Yeah, of course. But why should I, we, have this kind of luck? Just because you had the nest? Just because I had the coordinates to Source? Whilst others in the apiary are forcibly matched with people they hate? I know the feeling. But there comes a time when you have to think about number one. I'd love for the world to be rid of the matchmaker too. For everyone in the apiary to be free to live with or love whoever they want. But if I could press a button that would solve all of the apiary's problems in one go, and pressing it would even run the risk of losing what you and I have together, I can guarantee you that not only would I not press it, but I would rip out the wiring. It just doesn't seem fair. You think it's unfair that we got lucky and others haven't? Then enjoy your luck. Don't squander it. It's the least we can do for them. They would do the same if they were you. And they would certainly not press that blue button button. I think I would do it. I know. That's why I love you. But that's also why I'm watching over you. Or else you keep running into trouble. Hmm. Trouble? Like this, for example? Ready to go again? Only one way to find out. Only one? You must think I am unimaginative. You know, that's why I can't be like another one. I don't want to go again. It's late. Warte, können wir das nicht erst morgen machen? Ja, ich fühle das. Es sieht schon wirklich spät aus. Willst du mit mir schlafen? Oh, ich habe gerade rausgekommen. Was? Du könntest mir gesagt haben. Ich schaute in die Runde vor dir. Naked. Du schaust mir nicht mehr an mich. Oha. Okay, dieses Gespräch hatten wir ja noch schon mal. Dann gehen wir in die Runde pennen. Heilen auch noch durch ein bisschen. Oh! Your feet are freezing! Haha, well, yeah. Why do you think I'm trying to warm them up on you? Can't you use the comforter? Doesn't work. Well, try a hot water bottle or something. You're my hot water bottle. Mmm. Think about it. Which do you prefer? Cold feet on your calves at this very moment. Just long enough to warm them up. Or, sleeping in fear that my cold feet will touch you by chance during the night and wake you up with a jolt. Nee, das ist tot zum- Ah! Keep your feet on your side. As you wish. Huh. Hmm. Oh, okay. I get it! You win! Bring your bluetin feet over! Ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay. das zwang sie ist natürlich nicht voll gehalt da fehlt 29 fehlen uns schlafgewalt nicht könnten noch ein bisschen kochen ich gehe da mit keinem system aber ich konnte nur den salat machen weil er mehr stimmung bringt wo wir näher zum feiern rankommen ist aber das gericht mal verwenden so schön so scheiß egal die haben die an die hunger oder was kann ich nicht abbrechen dann erst mal ja das hatten wir schon mal das gespräch so essenstechnisch voll herstellen vielleicht noch einmal so so anex 2.5 cnx 3.5 vielleicht morgen das kenne ich neue geschichte von machen und kaffee okay 60, 90 If we're going to find a communications post anywhere, that's the place It's not ready now. I'm hungry. I know right I'm not ready now I'm not ready I'm not ready Ich hoffe, das ist eine gute Entscheidung. Direkt geradeaus war da. Da könnten wir auch campieren, machen wir natürlich nicht. Sind ja noch full dabei. Besser nehmen wir natürlich mit. Es ist growing. Slowly, but surely. Hm, ja. Lekker. Es könnte sein, dass irgendwo Roboter wieder unterwegs sind. Von Nissen. Ich will es dir hoffen. Könnte aber sein. Ah, verflixt. Wir kommen da ja gar nicht hoch. Weil habe ich da irgendwie schon eine Möglichkeit gefunden, da hoch zu kommen. Vielleicht von da oben irgendwie in der Flutsal, äh, Uhr, die uns da oben führt. Rücken hier? Rücken am Rücken. DINKEN Rücken. Aber nicht nach oben, nach ganz oben kommen wir da nicht Vor allem, wie konnten wir die Brücke öffnen, die war schon offen, ne? Naja, was ein blödes Problem, ich schau mal in der nächsten Folge, was ich dagegen machen kann Wir sehen uns in der nächsten Folge weiter, vielen Dank fürs Zuschauen, bis dahin, tschüss, tschüss Untertitelung des ZDF, 2020